guten morgen freunde und willkommen zu einem neuen blog wenn du dich gerade fragt was ich hier mache ich wollte hier mit einem kleinen ball mein unterarm aktuell ist das volumen bei mir so hoch dass meine unterarme so voll am limit sind die frage die ich mir jetzt aktuell stelle ist es vielleicht einfach zu brutal für natural so mache ich einfach viel zu viel dafür dass ich eben nicht den zaubertrag von obelix trinke auf jeden Fall muss ich gleich auch mal wieder zum friseur und dann geht ab ins training sprechen ein bisschen über mein aktuelles volumen und was ich so mache um es überhaupt annähern zu verkraften leichte entzündungen schon im unterarm aber das machen wir gleich darüber reden wir gleich ich lasse mir eigentlich die haare immer gleich schneiden an den seiten sind es glaube ich drei millimeter oben keine ahnung wahrscheinlich acht neun zentimeter ich glaube die frise heißt undercut oder so auf jeden fall ist das so ein klassischer herren schnitt einmal hübsch machen und so mitnehmen die valentina die schneidet meine haare schon glaube ich seit vier oder fünf jahren in pulheim auf dem drich 17 wenn ihr das bei google eingebt also Valentinas herstyling oder so dann solltet ihr es finden die begrüße dann von mir im gym angekommen es steht unterkörper auf dem plan plus wir müssen noch ein paar bilder schließen ländchen nicht vergessen und zwar für das trainingspedia update ich habe immer wieder gesagt die updates freunde die sind natürlich für alle kunden umsonst und apropos trainingspedia wir haben ja das neue jahr und damit du wirklich perfekt ins neue jahr starten kannst haben wir überlegt die nächsten 48 stunden oder in den nächsten acht stunden gibt es hommelwirbel 24 prozent mit dem code was den code nutzen wir 2019 2019 auf das trainingspedia das heißt du kannst so perfekt in das jahr 2019 starten so dass ja 2019 dein jahr wird und auf jeden fall was das training angeht keine fragen offen sind ich würde sagen let's go ordentlich pumpen bilder machen und dann was richtig leckeres essen willkommen zu einem kurzen trainings voiceover und wie ich am anfang euch erzählt habe ist das volumen aktuell extrem hoch und das resultiert in ein paar wehwehchen zum einen wie gesagt meine unterarme scheinen relativ anfällig zu sein ich glaube mein rücken könnte fast schon noch mehr volumen vertragen und allein der gedanke daran ist schon relativ gruselig weil ich wirklich extrem viel gewicht pro woche bewege aber das heißt für mich natürlich dass ich irgendwie versuchen muss die regeneration jetzt erstmal in den unterarmen zu beschleunigen also ganz konkret ich werde die unterarme jetzt öfter in der woche rollen vielleicht auch mal vor dem training rollen das kann die durchblutung oder das fördert die durchblutung und eventuell wird dadurch die regeneration beschleunigt es kann aber auch nur sein dass es pro science ist ich habe auf jeden fall ein gutes gefühl wenn ich meine unterarme rolle deswegen werde ich das jetzt auf jeden fall definitiv fest in meine trainingsroutine oder in meinen pausentag oder was auch immer implementieren das andere natürlich man kann zughilfen benutzen und das wird auch den unterarm definitiv entlasten habe ich bis jetzt auch gemacht vor allem bei sowas wie romanian deadlifts also rumänisches kreuzheben und co wurde natürlich immer mit zughilfen ausgeführt shrugs also nackenzieren aber ich werde wahrscheinlich jetzt wirklich fast alle meine pull übungen mit zughilfen ausführen also alle die eben möglich sind ansonsten kann ich sagen dass ich vermutlich auch dauerhaft das bulgarische die bulgarischen split squats nicht wirklich verkraften werde mein hüftbeuger macht schon seit gut zwei drei wochen echt zicken und deswegen habe ich an dem tag auch gar keine squat beinpresse oder sonstiges gemacht weil es einfach nicht ging weil einfach die schmerzen zu stark waren und ja ich auf jeden fall jetzt erstmal schauen muss wie ich ohne große hüftbeuger belastung meinen unterkörper trainiere aber da kann ich ein separates video dazu machen wollte kurz darauf eingehen was meine aktuellen methoden sind und natürlich sowas wie heiße bäder und co genug kalorien schauen dass man auf jeden fall nicht zu krass entzündungsfördernd alles mögliche in sich rein stopft sondern ab und zu auch mal ein bisschen lax konsumieren tut auf jeden fall auch nicht schlecht und ansonsten wenn euch das thema im detail interessiert dann haut mir das mal ab in die kommentare dann kann ich ein separates video dazu machen jetzt viel spaß mit dem weiteren blog ja damit kann man die eine oder andere immobilie glaube ich kaufen guten morgen was geht was haben wir 7,75 Euro was machen wir denn jetzt nachos interessant was ein einkauf freunde wir haben hier erstmal chips geholt wenn natürlich Eis die Daimtorte ist überragend Rasierschaum darf nicht fehlen Brokkoli auch nicht die großen Milka sind viel geiler als die kleinen vor allem das hier und das mit peanut und ansonsten haben wir hier noch cheesecakes light käse Brokkoli Cola light oder beziehungsweise zero profilfrei und Mais machen jetzt unsere berühmt berüchtigten nachos dafür brauchen wir hier erstmal eine Pfanne machen ein bisschen Öl rein damit wir das Tartan das Tartan das Tartan anbraten können 180 Gramm wie gesagt erstmal anbraten und wir würzen das ganze hier mit Taco Mix von Don Enrico Jalapeño Spanisch für Jalapeños für mich ein Muss für Lena Fun Fact Lena ist Mais süchtig der Taubertrank von Obelix der kommt jetzt hier drauf Göschen lassen Brokkoli kann man zu allem essen und dann wird zu einem Fitness ist nicht geizen Freunde nicht geizen 10 15 Minuten 200 Grad so und fertig ist das gute Stück sieht das mal nicht richtig 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 nice aus das sieht übertrieben Ich könnte es ganz easy selber zuhause nachkochen dazu ein bisschen Salsa vielleicht ein bisschen Guacamole vielleicht ein bisschen Sauercream und dann ist die Sache auch wirklich vollendet man nehme eine Nacho tunke sie hier rein 10 von 10 das alles muss jetzt hier rein außer natürlich der Teddy Bär der kommt nicht mit denn für uns geht es über Silvester nach Barcelona Meistens nehme ich sogar meine ganze Trainingstasche mit auf Reisen da ist zum Beispiel mein Gürtel mit drin Bandagen falls ich Blood Flow Restriction machen möchte oder muss Squatschuhe also alles mit am Start damit auch die überschüssigen Kalorien dort ordentlich umgesetzt werden denn wenn wir schon fett werden dann wenigstens auch muskulös nur Fett naja das wäre schon traurig Wir werden sowohl Silvester als auch Lähnchens Geburtstag in Barcelona verbringen denn Lena hat drei Tage später Geburtstag und Barca ist glaube ich meine Lieblingsstadt in Europa Kann man dann auch wasch ein Zufall du wir waren jetzt wir waren jetzt glaube ich die letzten drei Jahre dreimal dort also jedes Jahr eigentlich einmal Ich glaube ihr wart auch schon zweimal da dort haben wir auch auf jeden Fall mal gevloggt daran kann ich mich noch erinnern und ich kann euch eins sagen 2018 war einfach nur übertrieben krass also ich bin da mega dankbar für das alles so gut gelaufen ist Mega wir haben sehr viel erlebt sehr viel gereist genau wir haben sehr viele neue Orte entdeckt alte Orte die wir gefeiert haben haben wir wieder besucht Hau raus wo waren wir überall? Wir waren in Thailand, Marrakech, Florida, Bahamas, Dubai, Abu Dhabi, Deutschland, Schweiz, Österreich Österreich Genau dort habe ich mein Seminar gegeben Stimmt ja Das war aber auch sehr schön Genau in Berlin waren wir ein paar mal also wir haben mega viele Orte wie gesagt bereist und wir haben die erste gemeinsame Wohnung bezogen nach fünf Jahren Beziehung Dein Highlight Ja das war der nächste Step und das war richtig gut Genau next chapter Für mich war auch definitiv ja also ich konnte mir sagen wir es mal so definitiv ein Traum verwirklichen und zwar habe ich mir mein Traumauto gekauft Und ich kann sagen jeden Tag wenn ich einsteige ja erfüllt es immer noch mein Herz mit Glückseligkeit Meins auch Deins auch? Fährst du hier rum ohne dass ich weiß? Bescheid weiß? Manchmal? Nein Really? Ja und sportlich hätte ich mir das eigentlich gar nicht besser vorstellen können Oder? Ja du hast geraubt ne? Danke Also deutscher Meister wieder geworden im Natural Bodybuilding Bei den Pros sogar dieses Jahr gab es ausnahmsweise mal einen Profi Wettkampf Dort durften die letzten deutschen Meister der letzten 13 Jahre teilnehmen plus die von diesem Jahr Und dann konnte ich mich eben durchsetzen gegenüber ja zwölf elf richtig 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 guten Athleten wie gesagt alles deutsche Meister und das war natürlich ein absolutes Highlight für mich Ich habe mal auf Instagram so ein Posting verfasst ich glaube gestern Warum ich das so gefeiert habe es war nicht mal wegen dem Ergebnis sondern einfach Wegen diesem übertrieben krassen Support von euch von meiner Familie von Lena von meinen Freunden Die Nachrichten die ich bekommen habe das anjubeln anfeuern einfach mega Mhm Super geil Du hast Bronze gemacht in Miami Genau Bronze in Miami und damit die beste deutsche oder deutschsprachige Leistung aller Athleten bis jetzt bei den Pros natürlich und es kam immer so rüber als sei ich voll enttäuscht über die Platzierung und klar ich hätte gerne gewonnen logisch aber so im Nachhinein bin ich schon ein bisschen stolz drauf aber wäre ich jetzt so komplett zufrieden Du hast halt Ehrgeiz und in zwei Jahren geht es halt nochmal los ne? In zwei Jahren wahrscheinlich geht es nochmal los zwei drei Jahre und das ist auch gut glaube ich so ne? Mit 25 erster zu werden das ist vielleicht ein bisschen zu jung Vielleicht wäre ich ja abgehoben Wahrscheinlich nicht aber man muss jetzt die dritte Platzierung muss man nicht schönreden Naja man kann es jetzt gucken Das ist halt super gewesen Ja all in all war das auch super die Prep lief halt sehr gut eigentlich Das stimmt Ich konnte sehr viel Muskeln behalten und bin nicht verrückt geworden Wenn jetzt auch halbwegs wieder Da stimme ich nicht ganz gut ein Und ansonsten mein erstes Buch geschrieben Hammer geil Euer Feedback dazu einfach nur brutal Als Erstautor fast täglich immer noch Nachrichten zu bekommen Dass ich euer Trainingswissen auf das nächste Level gebracht habe Das ist natürlich übertrieben krass und schmeichelt mir voll Ich weiß gar nicht was ich da immer antworten soll Das ist immer voll Ja das ist Voll die Ehre und dann Das ist Danke Ja ja Mein erstes Supplement Ja dein erstes Supplement Stimmt Und ja ich sehe 2018 war schon hammer krass Wir werden natürlich alles in unserer Macht stehende tun Um 2019 mindestens genauso krass werden zu lassen Ganz klar Ich weiß dass das da was tocken könnte Ich auch Wir haben da was im Pedo Und zwar ein Restaurant Ein Dessert Restaurant Ich wollte gerade sagen Sushi Restaurant Nein Dessert Okay ein Dessert Restaurant Nein mal Ja Spaß beiseite Es kann sein dass ich mir einen Traum verwirkliche Aber da will ich jetzt noch nichts zu sagen Weil das so unwahrscheinlich ist aktuell Dass ich dazu nichts sagen will Weil man redet nicht über ungelegte Eier und so weiter und so fort Aber Freunde es wird so oder so 2019 einiges von mir kommen Und darauf könnt ihr gespannt sein Und falls das klappen würde wäre das schon übelst geil Ja mega In dem Sinne Happy New Year Ich hoffe dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen Von uns ja Gehen die besten Grüße an euch raus Ja nur das beste für euch im Jahr 2019 Genau gebt Gas Daumen nach oben für dieses Video Alle Kommentare unten rein Glocke anmachen Abonnieren Ja Seid nicht geistig Gönnt mir zum neuen Jahr Einen guten YouTube Algorithmus Und ja Freunde Peace out Peace out We Plan Grafik Pia Tui 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 Untertitelung des ZDF, 2020